Okay, warte mal. Da guckt einer. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht inszeniert, wie ich das will. Ach. Mädchen. Da fehlt aber einer. Wo ist er? Da. Können wir den auch ablenken? Irgendwie. Mal lieber spielen, so rum. Hm. Verdammt. Den kann ich nicht, aber ich kann da oben hin. Äh, so rum. Ah, guck mal. Zack. Hä? Ach so. Ah, scheiße. Da ist ja noch einer. Kihi. Das ist ja jetzt alarmiert. Ich hab jetzt meine Chance vertan. Scheiße. Okay, der ist bewusstlos. Das passt. Gehen wir mal kurz zur Retour. Ach, scheiße. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken. Ich wollte eigentlich nur gucken. Oh, bitte nicht schon wieder. noch mal. Oh. Echt jetzt? Och, nee. Naja. Ich muss erst den oben ausschalten. Okay, dann probieren wir es eben nochmal. Verwältigen. Okay. Ich muss erst den oben ausschalten und dann den, den unteren ablenken. Sonst funktioniert es nicht. So. Okay. So, mein Freund. Komm zu mir. So. So, meine Hände. Oh. Ich hab's. Nee, warte mal. Uhhh Ich könnte hoch Aber ich mach's lieber Nee, da ist ja noch der andere Du da, mein Friend Du bist als erstes dran, mein Bruder Okay, und dann... Nicht übel, Jodie Oh Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot Shit Wenn das kein Training wäre Dann wär das dein allerletzter blöder Spruch, mein Nicht schlecht Der hat doch bestimmt auch noch irgendwo Gut gemacht Willkommen bei der CIA Oh, Jesus, Maria Danke, Sir Ja, Jodie Willkommen bei der CIA Hey, du bist mit dabei, Jodie Herzlichen Glückwunsch Ich hoffe, die meinten, du bist ein bisschen ehrlicher als die Jugendlichen Körpertraining notwendig Während des Trainings nicht entdeckt Fantastisch im Kämpfen Ist doch jetzt nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht Gejagd, gebrochen Es macht auf jeden Fall Spaß Obwohl ich glaube, dass mit diesem Hin- und Herswitchen mit dem Aiden Und dass da diese Quicktime mit dem Verstecken Ich glaub, das wird ein bisschen häufiger vorkommen Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege Naja Okay, wir schlafen gerade Komm, wir gucken uns ein bisschen um Nein Was kann ich hier eigentlich tun? Nee Ich ärgere jetzt hier keine Leute Achso, da geht Raus Geht rein Hier hinten Nee Moment Da Aber Achso, dann geht's nur wieder zu der zurück Okay Ach, ich muss irgendwas machen Irgendwas muss ich machen Okay Was machen wir denn mal? Können wir denn machen? Nee, komm Wasserflasche Und Guten Morgen Ach, wenn die schläft Hat die den Ist Okay Ja, nee Ist klar Das ist irgendwie cool Komm, wir ärgern Ach Komm, scheiß drauf Hier wird jetzt geärgert Das ist mir jetzt egal Los, komm Oh Na toll Nee Warte mal Ja, Pfiffi Was können wir denn hier noch machen? Ich bin Komm mal wieder zurück Ich kann ja nichts machen Nee, Tim, wach mal auf, bitte Ich wollte nämlich gerade sagen Ich glaube, ich habe mir so viel Zeit gelassen Ich muss mal auf die Toilette Wow Äh, was? Äh Äh Ähm 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 Ey, aufpassen! Auf sieh! Alle runter! Ah, du! Danke. Wieso rennen die jetzt auch nicht schneller? Geh weg! Ey, was soll das? Ich kann mich auch... Scheiße! Schnell einen! Fang das Ganze! Ich hoffe, das ist eine gute Idee! Ich glaub's nämlich fast gar nicht! Oh, lass mich los! Lass du mich ja los! Äh, scheiße! Was? Verdammte Axt! Oh! Oh, was? Oh, es ist ab durchs Fenster! Oh, was? Äh... Wo, 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 wo? Was? Ich hätte... Oh! Sie sind umstellt! Aufmachen! Oben! Oh Gott! Ich hätte... Aiden! Hilf mir, Aiden! Die Tür öffnen, oder wir brechen sie auf! Los, hoch mit dir! Hopp! Boah! Echt jetzt? Das mach ich? Bin ich bescheuert? Oh, scheiße! Ich seh' nix! Ich kann... Doch! Ich seh' nix! Hab ich das schon mal erwähnt? Zack! Und zack! Ich hab schon... Ich, ich, ich... Ich wollte es nur angemerkt haben, ich habe aber auch leicht gestellt, ne? Scheibenkleister! Mensch! Das ist... Das ist scheiße! Bin ich jetzt mal ganz ehrlich! Ich mag jetzt grad mal... Hä? Ähm... Hi! Zack! 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 Ähm... Zack! Und noch mal... Und ab in die... Ins Face! Okay, wenn es nur nach links und rechts geht, dann ist das ja ganz angenehm! Verdammte Axt! Die Hände da hin, wo wir sie sehen können! Hopp! Verstattung! Sieht, kommt uns! So! Äh! Los, 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 los! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was ist das? Ich weiß nicht, was es war, aber es war komisch! Macht's gut, Jungs! Alter Scheiße. Was zum... Okay, also diese Kampf-Quicktime-Events. Aber ich soll jetzt vielleicht gar nicht mal so viel Zeit hier verschwenden, weil ich weiß ja aus dem Prolog, dass wir verfolgt werden. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Aber wo lang? Wohin? Scheiße, Hunde. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall ganz anders als Heavy Rain. Definitiv ganz anders. Ich sehe nichts. Habe ich das schon mal erwähnt? Es ist hier arschfinster. Okay, ich kann nur in eine Richtung rennen und... Okay, ich weiß nicht, wo ich hinrenne, ob das so richtig ist, was? Achso, beides. Okay. Das ist jetzt wieder mit den Händen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss dann echt nochmal schauen, wenn ich dann mal eine kleine Aufnahmepause mache, ob ich das echt wirklich auf einfach gestellt habe. Äh, wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich sehe nichts. Da, es sieht doch gut aus. Hey, Alter, wo muss ich lang? Aber der Aiden kann mir nicht helfen, oder? Oh, das ist hell, da gehe ich nicht hin. Oh, Scheibenkleister. Blöder Köder. Kann ich was mit dem doofen Hund machen? Und schlagen. Ich will gerade sagen, ich will den... Ich will den doofen Hunden schlagen. Oh, noch? Hallo? Oh, blödes Drecksviel. Entschuldigung, ich mag Hunde, aber das war jetzt scheiße. Wie viele Hunde haben denn die noch? Ach, das habe ich ja nicht gesehen. Hau ab. Ich frage mich jetzt... Das ist hell, da gehe ich nicht hin. Halt, da geht es hoch, da geht es hoch, da geht es hoch, da geht es hoch. Ah, verdammte Axt. Ey, was ist denn das hier? Hoch. Okay. Also, ich bin jetzt gerade mal, ich stecke gerade fest, saumäßig schlecht. Hä, ich habe R2 gedrückt. Das will ich verarschen, oder was? Was geht die Scheiße schon wieder los, oder wie? Lauf schneller. Hier ist was zu sehen. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Wenn ihr wüsstet. Kann ich loslassen? Okay. Alter. Wieso habe ich das Gefühl, ich muss jetzt lernen, in Deckung zu gehen? Oh Gott.